Wenn wir darüber reden, Prozesse zu optimieren und Effizienzsteigerung zu machen, dann ist das eine Sache, die ohne Druck passieren soll, also ohne Lebensdruck ganz konkret passieren soll. Sondern da geht es ja eigentlich um die Punkte, um die wir, glaube ich, vor ewigen Zeiten schon mal gesprochen haben, dass wir ja deswegen Arbeitsprozesse optimieren wollen, dass wir mehr Zeit für Nicht-Arbeitsprozesse haben, sozusagen. Und da war ja schon das Beispiel, was wir schon mal hatten, nämlich der Vergleich von irgendjemand arbeitet zehn Stunden und dann kommt eine andere Person, die schafft das Gleiche in neun Stunden und hat aber dafür dann eine Stunde irgendwie, weiß nicht, Zeit für Yoga oder einfach nur ein Buch lesen oder spazieren gehen. Und dann muss man sich ja dann schon fragen, ja, okay, worum geht es dann? Also geht es darum, dass du eben deine Checkpoints und deine Guinness-Weltrekorde knackst mit so und so vielen Stunden durchgehend arbeiten können, ohne die Familie zu sehen? Oder geht es halt darum, dass du eben alles Mögliche optimierst, dass du dann tatsächlich nach einem guten Reflektieren weißt, was dir wirklich wichtig ist? Und klar, es kann, genauso wie du jetzt gesagt hast, es kann bei Prozessen rauskommen, dass der Prozess notwendig ist, dann wissen wir das zumindest, dann sind wir ja schon mal schlauer. Wenn sich herausstellt, dass es im Leben für einen nur Arbeit geben muss und sonst nichts, kann man auf der einen Seite zumindest mal diskutieren, ob das wirklich so ist, aber wenn sich herausstellt, nach allen Analysen, die man gemacht hat und Reflektionen und Evaluationen, dass das dem so ist, dann ist das ja auch ein Ergebnis. Dann kann ich ja trotzdem wieder den Prozess versuchen, besser zu machen und zu optimieren. Also es geht ja immer um dieses, ich sage jetzt mal, holistischere Bild von der, hatten wir auch schon mal von der Arbeitstaggestaltung. Also es geht ja tatsächlich einfach um die, noch eher die Lebensgestaltung und gar nicht jetzt nur spezifisch auf die Arbeit gesehen, weil es ist ja wieder das eine, was wir dort optimieren können, das gewinnen wir an einer anderen Stelle wieder zurück.